Dann ging der Alarm vom Handy wieder los und dann haben wir drauf geguckt und dann sah man eben tatsächlich, wie dieses Fahrrad geschoben wurde. Dann haben gleichzeitig die Polizei gerufen, die kam dazu und dann war er mit meinem Fahrrad tatsächlich an den Gleisen. Biketracks hat schon so manchen Hit gelandet. Jede Woche erreichen uns neue Erfolgsgeschichten, wie unsere Kunden ihre gestohlenen E-Bikes aufgrund des GPS-Trackers wiedergefunden haben. Höchste Zeit, mit diesen Leuten zu sprechen. Wann und wo wurde dein E-Bike gestohlen? Ja, bei uns am Bahnhof gibt es also die Möglichkeit, in einem abgeschlossenen Raum praktisch das Fahrrad anzuketten. Habe ich auch gemacht, ein Bügelschloss, Kettenschloss und dann eben der Raum selber war eigentlich auch abgeschlossen, wie die da reingekommen sind. Ja, keine Ahnung. Ich komme von der Arbeit wieder und sehe nur noch das Schloss da liegen. Fahrrad war verschwunden. Was hast du dann unternommen? Dann ging der Alarm vom Handy wieder los und dann haben wir drauf geguckt und dann sah man eben tatsächlich, wie dieses Fahrrad geschoben wurde. Und das war super zu erkennen auf diesem Satellitenbild. Konnte man genau erkennen, dass es zum Bahnhof immer weiter gestohlen wurde. Und dann bin ich mit meinem Mann direkt ins Auto gesprungen, da hinten. Und haben gleichzeitig die Polizei gerufen, die kam dazu. Und dann war er mit meinem Fahrrad tatsächlich an den Gleisen und wollte das mit dem Zug wahrscheinlich über die Grenze bringen. Wie war der weitere Verlauf des Diebstahls? Ja, die Polizei kam ja dann und hat ihn praktisch untersucht, hat den Rucksack auseinandergenommen, hat dann den Bolzenschneider gefunden. Mein Fahrrad wurde sichergestellt. Wir haben das dann abgeglichen mit den ganzen Kaufbetranken, was wir noch so am Unterland hatten. Bilder haben die verglichen und habe es dann sofort wieder mitbekommen. Und da ist also auch gestern wieder eins aus dem Raum, wieder auch ein E-Bike geklaut worden. Also diese normalen nicht, aber da muss mal einer sein, der ständig da Räder klaut. Man sieht immer offene Schlösser am Boden. Ich habe halt das Glück gehabt, dass ich das wieder gefunden habe. Was war das für ein Gefühl, als du dein E-Bike wiederbekommen hast? Ja, war schon Party. Also man hat schon so ein bisschen Genugtuung, dass man sich nicht einfach an fremden Sachen vergreift. Dass man das also tatsächlich damit wiederbekommt. Und ja, war ein prima Gefühl, war ein gutes Gefühl. Ist ja auch ein Vermögen gewesen. Wie zufrieden bist du mit dem Biketricks-GPS-Tracker? Also für mich ist das perfekt. Wir fahren gerne Campen und ich habe lange überlegt, nimmt man das Rad mit und wenn man dann im Ausland ist und so. Aber jetzt mit dieser Erfahrung, die man dann gemacht hat, nehme ich das Rad überall mit hin. Also nicht mehr zum Bahnhof, aber sonst bewege ich mich richtig unbeschwert, weil ich weiß, ich habe es im Blick. Auch, das war ja mein Wunschrad, das hat halt genau die Farbe und alles, wie man sich das eben wünscht. Und das hätte ich vielleicht auch gar nicht mehr so wiederbekommen. Von daher freue ich mich, dass ich genau das wieder habe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.